Musik Wenn ich Gott eine Frage stellen dürfte, ich denke, es wäre, warum es so viel Krieg gibt auf der Welt. Wenn ich Gott eine Frage stellen würde, um vielleicht viele Menschen ungerecht behandelt. Warum ich krank bin, chronisch krank. Also was ist es, tut nichts zur Sache, aber das wäre die Frage eigentlich, ja. Wieso es so viel Leid auf der Welt gibt, vielleicht? Ich möchte eigentlich dabei sein, wenn er wiederkommt. Das wäre die einzigste Frage, ob ich dabei bin. Warum können die verschiedenen Völker und Religionen nicht friedlich miteinander leben? Ganz einfach. Wie schön es verdoben wäre. Warum so viele Menschen krank sind? Warum manche Menschen mehr Geld haben als die anderen? Und wieso so viel Leid zulässt? Wenn ich Gott eine Frage stelle könnte, welche? Wann endlich jemand was tut, oder er was tut, gegen den Kindesmuss auch. Stell deine Fragen schon jetzt, online auf der Homepage. Musik 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 Musik